Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. So einen schönen Tesla hätten natürlich gerne viele, aber viele können sich nicht leisten oder wollen sich nicht leisten. Dabei gibt es ein Geschäftsmodell, das verspricht, dass man einen Tesla bis zu acht Monate lang umsonst fahren kann. Wie das funktioniert und ob das eher clever oder asozial ist, das besprechen wir in diesem Video. Um euch dieses Geschäftsmodell genau zu erklären, habe ich bei eu-car-importe.de angerufen. Leider haben sie dann hinterher doch kein Video mit mir machen wollen, aber ich habe im Grunde alles rausgekriegt, was ich wissen muss, wie das Ganze funktioniert und ob das für euch interessant sein könnte. Zunächst mal ist es ganz wichtig, wenn ihr das machen wollt, dann kauft ihr einen Tesla auf eigene Rechnung. Das heißt, ihr müsst ihn erst mal kaufen und bezahlen. Und im zweiten Schritt bietet der Händler dann eine Abnahmegarantie und gleichzeitig für euch auch eine Abnahmeverpflichtung an, dass er bis maximal acht Monate nach Vertragsabschluss euch dieses Auto wieder abkauft und zwar zum Neupreis abzüglich der Umweltprämie. Ihr macht also dabei keinen Verlust. Wichtig ist auch noch, das Auto darf beim Rückkauf maximal ein Jahr alt sein. Das heißt, wenn ihr die ersten vier Monate auf eigenes Risiko dieses Auto fahrt und dann erst den Vertrag macht über acht Monate, könnt ihr maximal ein ein Jahre altes Auto auf diese Weise wieder verkaufen. Zum Neupreis abzüglich der Umweltprämie. Natürlich gehen nicht alle Ausstattungsmerkmale, eine Anhängerkupplung oder Farben sind überhaupt kein Problem. Aber bestimmte Sachen, die nicht jeder wieder kaufen möchte, zum Beispiel auch Full Self Driving, was 7.500 Euro kostet, glaube ich, im Moment. Das ist also nicht möglich, aber sonst sind viele Sachen möglich in der Ausstattung und werden auch komplett wieder erstattet. Bei der Laufleistung ist klar, wie bei jedem Gebrauchtwagen, je weniger, desto besser. Aber bis zu 20.000 oder sogar 25.000 im Jahr würden die akzeptieren. Das ist eine ganz ordentliche Laufleistung, das müssen wir erstmal hinkriegen. Wobei, das Ding macht ja dann hinterher so viel Spaß, dass man doch ein bisschen mehr fährt, als man vorher dachte. Was nicht funktioniert, ist Leasing. Das hat auch was mit der Umweltprämie zu tun. Da sind nämlich die Mindesthaltedauern länger als beim direkten Kauf. Und momentan bieten sie das tatsächlich nur für Tesla an. Es soll noch Polestar kommen, aber es gibt eben unterschiedliche Marken. Und Tesla hat einen großen Vorteil, nämlich die Wiederverkaufspreise sind relativ hoch und relativ stabil. Und auch die Einkaufspreise sind sehr stabil. Bei anderen Fabrikaten ist es nämlich zum Beispiel so, dass die Händler dort Rabatte geben. Und dann ist es mal teurer und mal billiger und deswegen kann man das nicht so gut kalkulieren. Tesla weiß man normalerweise, in diesem Land ist der Einkaufspreis so und in diesem Land ist der Verkaufspreis so. Eine wichtige Sache natürlich noch, der Händler macht natürlich einen Abnahmevertrag für ein Auto, das absolut in Ordnung ist. Das heißt, wenn ihr in der Zeit einen Unfall habt, einen Selbstverschuldeten, dann müsstet es eure Vollkaskoversicherung bezahlen. Einen Fremdverschuldeten müsste es die Haftpflichtversicherung bezahlen. Und wenn ihr Kratzer reinfahrt, die nennenswerter sind, also ein normaler Steinschlag scheint okay zu sein und auch Kratzer auf den Felgen werden akzeptiert. Aber so ein richtiger Lackkratzer oder eine Beule, das müsste dann natürlich vorher ausgebessert werden auf eigene Kosten, bevor das wieder zum Neupreis abgekauft werden kann. Wie kann sowas eigentlich überhaupt funktionieren? Ausschlaggebend dafür sind natürlich verschiedene Faktoren. Zum einen die Preispolitik von Tesla. Tesla hat in Europa unterschiedliche Preise für seine Autos und in Deutschland sind sie relativ günstig. Zum Beispiel in Tschechien oder in Dänemark oder auch in Österreich sind die Autos oft deutlich teurer. Zum zweiten, der Wertverlust ist nicht so besonders hoch. Und drittens, wir haben in Deutschland die Umweltprämie, bei der man 5.000, 6.000, 8.000, je nachdem Euro bekommen kann. Zum Teil vom Staat, zum Teil von Händler. Wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man praktisch hier einen so günstigen Preis durch die Umweltprämie erzielen beim Einkauf, dass man auch nach einem Jahr noch einen günstigeren Wiederverkaufspreis hat, als man in anderen europäischen Ländern überhaupt als Einstandspreis hat. Als ich auf YouTube meine Zuschauer gefragt habe, ob sie das eigentlich eher clever oder asozial finden, auf diese Weise umsonst einen Tesla zu fahren, waren die Meinungen recht unterschiedlich. Ich habe hier 587, die mitgemacht haben und 27% sagen, würde ich nie machen, ist unseriös. 30% sagen, super Idee, umsonst Tesla fahren. Das ist also ungefähr gleich viel. So war das auch bei Instagram ungefähr gleich viel. Da waren auch ein bisschen mehr der Meinung, das ist clever, als es ist asozial, aber so 40, 60. 36% sagten, ich bräuchte mehr Informationen. Das tue ich mit diesem Video. Und 7% sagen, ich schwanke noch. Deswegen lassen wir uns mal noch ein bisschen tiefer eintauchen und schauen, welche Risiken sind denn für welchen der an diesem Deal beteiligten Partner vorhanden. Der Händler hat natürlich ein Risiko, nämlich es könnten sich in diesen 8 Monaten, in denen er diesen Vertrag schließt, die Verkaufspreise von Tesla ändern oder auch die EU-Förderrichtlinien könnten sich ändern, die Haltedauer könnte sich verlängern und dann würde dieses Modell nicht mehr funktionieren. Der Käufer hat natürlich auch ein Risiko, nämlich es könnte das Auto gestohlen werden, einen Unfall geben oder es könnte beschädigt werden und dann gibt es möglicherweise Stress in der Vertragsdurchführung. Und es gibt noch eine andere Frage und darauf hat mich einer meiner Zuschauer gebracht. Er hat nämlich geschrieben, bitte hol doch mal ein offizielles Statement zur Privatversteuerung dieser Gewinne. Und deswegen habe ich gedacht, ich frage mal einen Steuerberater und bin im Internet fündig geworden, auf YouTube beim Lutz Philipp Spieker. Hallo Herr Spieker. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Hallo. Ich habe ihn deswegen gefunden, weil er einen YouTube-Kanal hat. Seit wann machen Sie den schon? Ich habe den eigentlich mal ursprünglich, ich glaube 2013 angemeldet, habe dann auch mal so ein paar kleine Videos gemacht, aber so seit zwei Jahren mache ich immer winkelmäßig, so einmal pro Woche ein Video. Okay, zu Steuerberatungsthemen dann? Ja, zu Steuerberatungsthemen und diese ganzen Hilfen, was Überbrückungshilfe und dergleichen angeht und Neustarthilfen insbesondere. Jetzt haben wir hier ja ein spezielles Thema, dass man dieses Auto nach sechs, acht oder in bestimmten Fällen sogar zwölf Monaten wieder zum Preis abzüglich Umweltprämie zurückgeben kann und abkauft bekommt. Klingt sehr plausibel. Ist es denn steuerlich auch simpel oder durchführbar? Naja, Pkw sind leider im Steuerrecht überhaupt nicht simpel. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr komplexes Thema, aber wir versuchen es heute mal ein bisschen einfacher zu halten. Ich würde mal den Fall, dass man das Auto leased, mal auslassen, weil das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da sind ja auch die Zeiten länger, die man das Auto halten muss. Aber jetzt erstmal Privatwagen, Firmenwagen, was gibt es denn da für Unterschiede zum Beispiel? Der Unterschied ist erstmal, dass das Finanzamt nicht einfach sagt, naja, wir sagen jetzt einfach dem Finanzamt, wir wollen das Privatwagen haben, sondern die gucken immer auf die Nutzung vom Fahrzeug. Wie stark wird dieser Wagen betrieblich genutzt? Wenn man da in der Einkommenssteuer ist und man nutzt den Wagen mehr wie 50 Prozent betrieblich, dann sagen die, dass der sogenanntes notwendiges Betriebsvermögen ist. Das heißt, er muss in den Betrieb rein, ob man will oder nicht. Zwischen 10 bis 50 Prozent betrieblicher Nutzung, da hat man Wahlrecht. Da kann man sagen, ich nehme ihn mit rein oder ich lasse es. Und nutzt man den Wagen nur zu 10 Prozent betrieblich, also zu 90 Prozent privat, dann sagt das Finanzamt, der Wagen muss ins Privatvermögen rein, ohne dass man da wieder ein Wahlrecht hat. Okay, nehmen wir jetzt mal an, es gäbe eine betriebliche Nutzung, also wir haben ein Geschäftsfahrzeug, dann kann ich ja bestimmte Sachen absetzen und habe dann ja später eine Einnahme, wenn ich es wieder verkaufe. Also wie wird das dann steuerrechtlich verrechnet praktisch? Ja, also erstmal, wenn wir den Wagen kaufen, dann setzen wir ihn halt steuerlich ab, wir schreiben ihn ab, Absatz für Abnutzung über sechs Jahre. Und das heißt, wenn der Wagen zum Beispiel 30.000 Euro kostet, dann würden wir sagen, jedes Jahr geht der um 5.000 Euro runter. Und wir haben quasi dadurch 5.000 Euro Betriebsausgaben, die wir absetzen können. Und natürlich alles Weitere mit Versicherungen, Steuern, was da eine Reparaturmaßnahmen haben. Aber im Gegenzug, wenn wir natürlich dann irgendwo eine Prämie bekommen, hier wird diese Umweltprämie, haben wir natürlich eine Betriebseinnahme und müssen die wieder gegenversteuern. Ich setze ihn ja erstmal anteilig nun ab, muss aber im Gegenzug diese Prämie auch voll dann betrieblich versteuern. Das führt dann im Endeffekt schnell auch zum Gewinn, der da steht. Und immer, wenn da ein Gewinn steht, zum Beispiel, ich habe dann 3.000 Euro Gewinn und ich habe einen Steuersatz von 30 Prozent, dann sind wir schnell bei, was weiß ich, 900 Euro Einkommenssteuer, die das auch noch kosten wird. Gewinn deswegen, weil die Umweltprämie mehr ist, als das, was ich absetzen kann für die acht Monate. Ja, ja, also es ist halt ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Um uns auch ein bisschen, ich sage das immer, ein bisschen unüblicher, einen Wagen so kurzfristig zu fahren. Und jetzt kommt noch der Fall der privaten Nutzung. Den ich hier mittlerweile fast am interessantesten finde, wenn man sich über so einen kurzen Zeitraum rein sieht. Weil man hat ja auch immer, wenn man einen Wagen mit ins Betriebsvermögen nimmt, weil man vielleicht schon auch noch einen anderen hat, das ist ja nicht unwahrscheinlich, dass man sagt, ich habe noch einen zweiten oder einen dritten Wagen drin. Und umso wahrscheinlicher wird es immer, dass das Finanzamt natürlich diese Punkte angreift. Also wenn ich eine Betriebsberufung habe, ist der Pkw halt immer Bestandteil. Das darf man nicht ganz unberücksichtigt lassen bei der ganzen Sache. Und hier ist es, denke ich, tendenziell eher so, dass man den wirklich eher im Privatvermögen hält, wenn man den halt nicht mehr wie 50 Prozent betrieblich nutzt. Wenn man also ganz schlau das machen will, müsste man sich am Anfang hinsetzen und sagen, guck, ich habe jetzt einmal die Energiekosten, ich habe die Versicherung. Tendenziell würde ich aber sagen, dass es hier mehr Sinn macht, den für die kurze Zeit ins Privatvermögen zu nehmen. Vielen herzlichen Dank. Schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei. Ich blende den auch ein. Ja, und wir wenden uns jetzt abschließend nochmal der Frage zu, ist das Ganze clever oder asozial? Ich habe gedacht, ich frage mal beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA nach, die ja diese Umweltprämie ausgeben, was die denn davon halten. Die haben mir sogar geantwortet, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK, überwacht fortlaufend, ob die Förderrichtlinie zum Umweltbonus aufgrund aktueller Entwicklungen angepasst werden muss. Das BMWK wird daher eine Verlängerung der bestehenden Mindesthaltedauer sorgfältig prüfen. Man hat das im Blick und man denkt möglicherweise darüber nach, diese Mindesthaltedauer eben zu verlängern, falls das überhand nimmt. Noch einen anderen, aber interessanten Aspekt zum Thema clever oder asozial hat mir der Daniel auf Instagram geschrieben. Er schreibt nämlich, viele Händler bieten an, den gebrauchten Tesla zu absoluten Höchstpreisen zu kaufen und dann verlassen leider gute gebrauchte Teslas LKW-weise Deutschland. Und dann schreibt er, ich kann mir leider einfach keinen passenden Neuwagen leisten und schaue darum auf den Gebrauchtwagenmarkt. Dieser wird aber genau dadurch leider total kaputt gemacht. Und das ist natürlich ein Aspekt, dass diejenigen, die sich gerne einen Gebrauchten kaufen wollen, vor allem einen Jahreswagen, weil sie sich ein neues E-Auto soweit nicht leisten können, deswegen ein bisschen in den Mond schauen, wenn die guten Gebrauchten alle ins europäische Ausland gehen. Was ist denn der Sinn der Umweltprämie? Wird sie denn bestimmungsgemäß eingesetzt? Naja, also die BAFA hat ja geschrieben, wie die Regularien sind und die Regularien werden bei diesem Verfahren eingehalten. Der Sinn der Sache ist, dass mehr E-Autos auf die Straßen kommen. Es ist nicht definiert, ob es deutsche oder europäische Straßen sind. Insgesamt wird es mehr E-Autos auf der Welt geben. Das wäre im Sinne der Förderung. Und eine erfolgreiche Umweltpolitik würde sich darauf berufen, dass es viele Zulassungszahlen im E-Auto-Bereich gibt und dass sie das durch die Umweltprämie gefördert haben. Es gibt neue Zulassungen und insofern hat die Politik ihren Erfolg. Es ist auch nicht wirklich so, dass die Leute, die jetzt einen Tesla fahren, den umsonst fahren. Sie brauchen das Kapital. Sie müssen es einsetzen. Sie müssen es, statt auf die Bank zu legen oder statt Aktien zu kaufen, in ein Auto investieren. Sie tragen das Risiko, falls was passiert mit dem Auto. Sie verzichten möglicherweise auf eine Rendite eben durch Aktien oder Fonds, die sie in der Zeit haben könnten. Und natürlich müssen sie die Nebenkosten, den Strom oder die Versicherung trotzdem bezahlen. Auch die Käufer bringen ein Kapital mit, damit es überhaupt möglich wird, dass ein neues E-Auto auf die Straße kommt. Und dadurch ermöglichen sie jemandem anderen, günstiger, später auch wieder E-Autos zu fahren. Und ich würde auch mal sagen, wer mal ein E-Auto gefahren ist oder wer mal einen Tesla gefahren ist, der wird dann hinterher wahrscheinlich wieder eins fahren. Vielleicht macht das wieder mit derselben Methode. Vielleicht ist die dann inzwischen aber auch angepasst. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich wieder einen E-Auto-Fahrer mehr auf der Welt. Eine andere Betrachtungsweise, die häufiger geäußert wird, ist eben, dass es sich hier sozusagen um eine Art Veruntreuung von Steuergeldern handelt. Weil die Steuerzahler hier ja diese Umweltprämie finanzieren und sich damit jemand einen schlauen Lenz macht oder umsonst Tesla fährt. Und das wird als asozial angesehen. Die Steuerzahler bezahlen immer dafür, dass Dinge umgesetzt werden, die sich die Politik ausdenkt, dass sie gut sein für die Allgemeinheit. In dem Fall ist es E-Autos. Und ich habe als Steuerzahler nicht die Möglichkeit, das zu beeinflussen, was mit meinem Geld geschieht. Ich kann nur schauen, ob ich an den Teilen profitieren kann, wo ich halt selber gerade profitieren kann. Also wenn ich als Künstler irgendwie eine Förderung bekommen kann, weil ihnen Corona viel ausgefallen ist, was ich nicht konnte, dann kann ich die nehmen. Das sind Steuergelder, die in dem Fall mir von der Politik zugesprochen werden. In dem Fall wird eine Umweltprämie denen zugesprochen, die sich ein E-Auto kaufen wollen. Und es gibt jede Menge Steuerausgaben, die ich mittragen muss, obwohl ich eigentlich keine Lust dazu habe. Aber wir sprechen hier bei der Umweltprämie in einem Bereich von 4 Milliarden Euro, glaube ich. Wenn man sich überlegt, dass 47 Milliarden jährlich für Rüstung ausgegeben werden, oder wenn ich das richtig recherchiert habe, 70 Milliarden in die Förderung von fossilen Brennstoffen, also Öl, Gas, Kohle, Strom gesteckt werden von Steuergeldern, dann ist eigentlich dieser Hinweis darauf, dass es unfair ist, dass diese kleine Umweltprämie für E-Autos von Steuergeldern von allen bezahlt werden muss. Eigentlich überflüssig. Frisch ist es immer noch. So, jetzt haben wir das Thema, glaube ich, einmal ein bisschen umrundet. Und was wäre mein Fazit? Also, es ist nicht asozial. Es ist ein cleveres Geschäftsmodell. Und ich würde sagen, es ist eigentlich in erster Linie eine Dienstleistung. So wie wir früher hingegangen sind vielleicht und EU-Car-Importe gemacht haben, also eben umgekehrt selber davon profitiert haben, dass in anderen europäischen Ländern Autos günstiger waren, als hier haben wir sie uns importieren lassen, um Geld zu sparen. So kann jeder den Markt beobachten und könnte sich selber dieses Auto kaufen und halt nach der Mindesthaltedauer wieder verkaufen, zu einem guten Preis nach Dänemark oder nach Kopenhagen. Und da das für den Einzelnen vielleicht zu schwierig ist, lässt er das von einem Händler machen. Das ist das Geschäftsmodell, davon profitiert er. Ich weiß nicht, hättet ihr dann früher gesagt, nee, ich kaufe den nicht günstiger aus Frankreich, das ist ja ungerecht. Die haben einfach niedrigere Mehrwertsteuer, keine Ahnung was. Und deswegen kaufe ich den teurer hier in Deutschland. Mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt es unten rein. Die Diskussion ist eröffnet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Liked dieses Video, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad. because of the best Hitcomer. Bis zum nächsten Mal.